Hallo ihr Lieben, mein Name ist Helen und ich bin hier im Atta Yoga Yoga Lehrerin. Ich freue mich euch die Inspiration des Monats bekannt zu geben. Und zwar ist sie im November, Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein. Heutzutage ist es für viele eine große Herausforderung im Hier und Jetzt zu leben. Häufig verlieren wir uns in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Oder wir haben das Gefühl, dass wir nur glücklich werden können, wenn wir bestimmte Ziele erreichen. Doch genau diese Einstellung führt dazu, dass wir nicht in der Gegenwart leben. Häufig verknüpfen wir auch Glücklichsein an bestimmte Bedingungen. Doch dies entsteht, wenn wir den Moment genauso genießen, wie er ist oder die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Das können wir sowohl im Alltag wie auch auf der Mathe üben. Zum Beispiel beginne, wenn du isst, dich immer nur auf das Essen zu konzentrieren. Oder wenn du die Zähne putzt, einfach nur die Zähne putzt und nichts anderes daneben beimachst. Oder auch auf der Mathe. Konzentrier dich ganz bewusst auf deinen Atem oder mache gezielte Pranayama-Übungen. Am besten komm doch zu uns ins Atri-Yoga und wir üben es gemeinsam. Ich freue mich auf dich. Namaste. Konzentrier dich. Vielen Dank.